Daumenabdruck Ein Grammophon 15 Jahre Zuchthaus Das ist eh gut mit den siebten Bauen Danke nicht, da kann kein Bauen nicht sein Da muss etwas passieren Es wird etwas passieren Ich bin deppert, gell? Du bist deppert, weil du als Armer auf den Wald gekommen bist Tanninger, das ist Betrug Betrug ist das! Ihr von uns hat etwas verspart, oder? Ja, das macht uns Kraut auch nicht mehr Damit wir Bauern bleiben Deswegen müssen wir jetzt noch mehr arbeiten Gehen wir! Gehen wir! Ja, ja! Du lässt mich wieder! Hast du mich noch verstanden? Ich bin der Bruder feiert Und jetzt die dir der Sau der Hirte weg! Das ist die Brosch der Rosaline Wenn wir die verkaufen Dann können wir unsere Viecher geholt Und es geht sich aus Du Wer ist jetzt nachher die Hinrichtung der Mörderin? Nein! Hörst dein Bier! Sehr fängst! Sehr fängst! Hörst dein Frau Oh! Ach so, er hat es noch was Mei um den Lukas sein Leben bitte dich Ah, ich bin... Moment. Oh, ja! Aaaaaah! 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 Shit! Aaaaaah! 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 Hat alles so sein müssen, wie es war? Darf man wer sein, der noch nicht sein darf? Aaaaaah! 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 Aaaaaah!